Boah, da fliegt man bestimmt, wenn man richtig Gas gibt. Wow! Halt dich doch fest! Yo Freunde, was geht ab? Ich hab jetzt mal heute meinen Bruder mit. Ich versteh kein Wort, aber ja... Das erste Mal. Halt dich raus? Also erste Vorbereitung, die ihr treffen müsst. Warte, warte! Ja, genau. Die raus machen. Also die Fußrasten für den Socius-Sit. Fester Stand. Bremse ziehen und dann kann er auch schon drauf. Was ist? Next! Halt dich hier so fest an meinem Bauch. Ja, genau. Weil wenn du dich da hinten festhält... Also ich würde es nicht machen. Nachher fällt es noch runter. Jaja... Und damit... Herzlich willkommen! Bei dieser Motorvlog... Ja, eigentlich war es das schon mit dem Sozius, mehr braucht er eigentlich nicht wissen. Nur dass er sich in den Korf mit oder sie sich mit reinlehnen soll und mehr nicht. Und natürlich gut festhalten. Ja, und ansonsten ist es ein random Vlog. Ich fahre jetzt einfach mal durch die Gegend. Und wir gucken einfach mal und dann sehen wir, was passiert. Ey, ihr Pisser! Das macht er schon sehr gut, muss ich sagen. Ja, sorry. Durch dich werden meine Eier auch an den Tank gedrückt. Achso, was ich noch sagen wollte, vielleicht ist das aufgefallen. Ich sehe es auf jeden Fall nicht. Ich habe die Kamera mal ein Stück nach unten gerichtet. Und ich hoffe, es ist so besser. Manche haben das nämlich geschrieben, dass es ein Stück nach unten tun soll. Ja, und dann lasse ich mich mal selber überraschen, würde ich sagen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Wo fahren wir denn Longview? Aber ich muss sagen, das Wetter ist gerade echt toll. Und die Sonne scheint so gerade so an den Wolken noch vorbei. Das ist ganz gut, finde ich. Hauptsache es ist trocken. Und der beste Fall ist natürlich, dass die Sonne scheint. Ja. Nein, warum habe ich das gesagt? Jetzt ist die Sonne weg. Egal, ich hoffe nicht lang. Aber die ist so am Rand von der Wolke da. Oh, what the fuck? Da war eine R6, aber wisst ihr, wie er fährt? Weil 70 macht er so einfach nicht. Ja, das war bestimmt auch Bock da, mit so einem Jeep langzufahren. So über das Feld, über diesen Feldweg da. Wow. Ich war aber lang da. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll. Was ist da? Okay. Wie geht's ihr da hinten? Na gut. Sollen wir mal gleich Gas geben? Ich kann machen. Können wir machen? Okay. Aber nicht hier. Aber nicht hier. Soll ich mal da zurückfahren? Ich kann mir machen. Weil ich bin mir gerade unsicher, ob das hier lang war. Nein. Du wirst drehen, ich will auch nichts anders aufmachen. Takt live. Wer fährt ohne Helm auf dem Roller? Also sein Sozius. So sollte man sein Sozius nicht mitnehmen. Ich fährt hier rechts. Was? Alter, wo fährt der? Schneidet einfach voll die Kurve. Hier rechts? Ja, rechts. Wir geben da hinten mal Gas. Oh, der Wind ist voll stark. Aufpassen hier besser. Das hat mich voll zur Seite gedrängt. Und? Easy. Wie easy? Da habe ich mehr erwartet. Alter, wie schnell die auf 120? Ja, das geht schnell. Und die ist sogar noch gedrosselt, ne? Ja. Überleg mal, wenn die offen ist. Aber ich musste vom Gas geben wegen dem Wind. Ich habe es gemerkt. Der hat uns voll weggeblasen. Also, Leute, passt doch auf, wenn es so windig ist. Auch wenn der Sozius dann noch drauf ist, da hat man noch mehr Windangriffsfläche. Ja. Genau. Und dadurch kann es euch mal ganz schnell dahin drücken, wo ihr nicht hin wollt. Deswegen geht da lieber vom Gas einfach und haltet am besten gegen. Der wackelt ja einfach so rum so. Ich schieb Gas und gehe vom Gas und er knallt gegen meinen Rücken. Boah, ich weiß, wo ich hinfahre. Jerome, ich weiß, wo wir hinfahren. Wo hin? Beim Gongo ist doch so eine Gerade. Die gesperrt ist auch noch. Eine gesperrte Straße. Ja, warte, ich drehe hier mal. So, irgendwo hier müsste das sein. Okay. Schön, du von hinten. Aber ich glaube, der ist schon sehr hart, der Sitz. Ah, da hinten ist so eine Art Tunnel. Ich weiß, was ich da mache. Ich glaube, da hinten ist Polizei. Aber trotzdem ist da ein Tunnel. Ist mir doch egal. Okay, jetzt halten wir uns mal an die 70. Okay, ich halte mich so oder so an die Richtgeschwindigkeit. Also, egal. Vergiss das. Egal. Egal. So, ich meine, das war hier rechts. Blinken wir schon mal. Und ich will die ganzen Autofahrer erst an der Call blinken. Kein Fahrradfahrer. So, wo war das jetzt? Du hast einen Blinker. Guck mal, genau das meine ich. Genau das. Du hast einen Blinker. Benutzt ihn nicht. Ist okay. Ja, jetzt benutzt du ihn. Aber erstmal bleibe ich auf der Straße stehen. So, wo war das denn jetzt? Weil bloß die haben das zugemacht. Wo war diese Straße? Ich weiß halt nicht mal, was du meinst. Ich weiß halt nicht, was du meinst. Muss sagen, ich wissen. Warte, ich glaube, die ist da hinten. Boah, hier ist Kies. Nicht cool. Ja, da hinten ist die. Dann fahren wir einfach mal hier durch. Ah, nicht hier durch. Hier geht's nicht durch. Hä? Nicht hier. Boah, da fliegt man bestimmt, wenn man richtig Gas gibt. Halt dich doch fest. Glaub ich so. Ich wollte eigentlich ein bisschen mehr Gas geben. Ja, ich möchte nicht so viel. Wo? Ich gehe eigentlich. Was? Ich gehe kein Meckes, nein oder? Hä? Was glauberst du? Egal. Hier ist kein Meckes. Mann, wo ist diese Straße? Vielleicht da? Ja, hier ist das. Da ist ja die Straße. Die meinte ich. Ja. Hm. Ja, Freunde. Ich mache jetzt hier das Video mit meinem neuen Auspuff. Oder eher gesagt Slip-On. Und werdet ihr es vorher mir sehen, oder nicht? Und wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut da rein. Peace. Zutrifft nur für Befugte. Ich bin leider nicht befugt.